ist auch nix doch da vorne die blockieren die straße wie kann er das passieren ich stehe noch vor der absperrung das auto da angst vor uns guten tag wir können sie leider nicht drüber lassen wir wollten uns auch nur entschuldigen dass das auto weggerutscht ist das hatte angst vor uns wir haben noch nicht mal was gemacht wir stehen hier vor der absperrung das stand doch hinter der absperrung das fahrzeug oder ja ja deswegen wundere ich mich jetzt wie kann er das fahrzeug wegrutschen ja haben sie die handbremse nicht gezogen natürlich sich die handbremse immer an ok wo ist denn ihr fahrzeug soll ich mal gucken ob man das noch irgendwie da unten raus fischen kann das tut mir wirklich leid über keine der herr fischer dazu fischen nee der ist heute nicht da der war schon ziemlich schlecht ja ja gut das geht ja noch wir kriegen sie ja noch mal gekommen ja ja können wir gerne damit hier links runter hier wenn sie von hier ausschließlich sehen sehen sie wie morsch die balken aussehen ja wir haben jetzt die stadtwerke gerufen die brauchen eine weile die werden es dann jetzt erst mal stabilizieren und dann wenn wir die brücke wieder freigeben ja aber es wird noch ein bisschen dauern ja das ist ja richtig so aber aber sehen sie die risse da im beton ja die sind auch grauenhaft ja da habe ich ein bisschen angst also ich fahre hier nicht mehr rüber ich nehme jetzt immer einen umweg habe ich einen hammer dabei mal gucken was willst du denn normalerweise klopft du den beton noch ja am ende bricht das ding komplett an und wir kommen da gar nicht mehr zu fuß rüber ja eben ich war das ob wir am einsatz ganz wichtig donut laden ja genau das dachte ich mir fast komm schnell ich weiß nicht die haben schoko donuts im angebot kommt ihnen Untertitelung des ZDF, 2020